Würden Sie gern sehen, ob ein Anbieter den Preis seiner Immobilie im Portal nach unten korrigiert hat und wie lang das Häuschen schon online steht? Das ist jetzt möglich und sogar sehr einfach und kostenlos. Ich zeige Ihnen hier mal ein Tool aus der Praxis, das ich selbst erst kürzlich entdeckt habe. Mit dem Add-in können Sie sehen, wie lange ein Inserat auf Immobilienscout oder Immowelt bereits online ist und welche Preisschritte der Anbieter durchgeführt hat. Sehen Sie hier, ich habe hier mal ein Inserat von einem meiner Mitbewerber in Frankfurt aufgemacht. Hier kann ich sehen, dass der Kollege das Rhein-Mittelhaus das erste Mal am 10.01.2024 ins Netz gestellt hat, also heute vor 69 Tagen. Und dass er am 01.03. den Preis nach unten nachgebessert hat, von ursprünglich 436.000 Euro auf jetzt 611.000 Euro. Das ist natürlich schon eine interessante Information, die dieses Tool bietet. Sie sehen das auch schon direkt in der Suchleiste, wie lange das Angebot online ist und ob der Preis seit dem ersten Listing im Portal konstant geblieben ist oder abgesenkt wurde oder auch nach oben gezogen wurde. Die Interpretation brauche ich den meisten von Ihnen zwar nicht an die Hand zu geben, aber ich mache es trotzdem. Lange Inserationszeit und abgesenkter Preis, wie zum Beispiel bei diesem Objekt hier von Privat, bieten eine gute Verhandlungsgrundlage. Okay, wie bekommen Sie die sogenannte Rote Kapsel? Sie benötigen dafür den Google Chrome Browser und dann können Sie zum Beispiel auf rotekapsel.de gehen oder Sie geben Rote Kapsel in der Google Suche ein. Ich verlinke hier auch mal das YouTube von dem Add-in. Klicken, installieren, fertig. Keine Anmeldung, keine Kosten. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, geben Sie mir ein Like für mehr News, Infos Wissenswertes aus dem Frankfurter Immobilienmarkt, abonnieren Sie meinen Kanal. Und wenn Sie ein Haus in Frankfurt-Rhein-Main zu verkaufen haben und einen qualifizierten Makler suchen, bei dessen Inseraten man die Preissenkung, wenn man denn mal eine macht, nicht so einfach bemerkt, dann rufen Sie mich an. Und dann rufen Sie mich an.